Nächstes Zielfahrt ging über Luka von Stettinger zu Künftemann zu 3.2 und Simon Bücherle für den Kassel Rutschef 3. Spieler 3 spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Spieler 3 spielen. Spieler 3 spielen. Spieler 3 spielen. Nur sicher, nur arbeite, nur bewege. Nur sicher, nur bewege. Nur sicher, nur bewege. Nur sicher, nur bewege. Weg von den Knie. Nicht so sinnlos. 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 Nå arbeite, kom. Nicht so sinnlos. Nicht so sinnlos. Nicht so sinnlos. Eigentlich so sinnlos. Nicht so sinnlos. Ich kann gerade schlafen. Kann ich noch mal behalten. Aus. Ist auch. Verwarte ich mal Wasser. Ach. Das hat mich verdankt. Ach Gott. Wege. Toll ist es. 2. 3. 3. 4. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Aufpassen! Sehr schön! Sehr schön! Aufpassen! 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 Komm, Luka, aber nicht kopflos. Jetzt alles gäbe, komm. Jetzt musst du. Beinergriff, komm. Wende, wende. 3 zu 1 Punkt zieht der Simon Dieterle für den KSV-Unstädten. Der Kampf wird den 4 zu 0 für den Luka. Wir hören es, weil der Simon Dieterle übergewicht hat. Applaus